Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Lustige Dinge, Gameplay. So, wir haben hier eine lange Giraffe, die habe ich vom Zug geklaut. Möchte ich noch mal kleiner machen bitte, aber geht nicht so gut. Hallo Dürer, Giraffe, genau das wollte ich im letzten Part nochmals zeigen, habe ich glaube ich im ersten oder dritten Part herausgefunden, dass es so richtig creepy aussieht. Ich glaube es war der erste Part und im dritten Part war es etwas anderes. Jo, legen wir das mal hier hin, so. Gehen wir selber auch noch zu einem Krüppel. Okay, sie ist wieder klein und geht sie weg. Sie bleibt dort, aber es ist fast nicht mehr zu erkennen. Und wir sind gerade leider verschleimt. Okay. Oh, die Flasche ist da. Ich nenne mir die große Flasche. Also das ist jetzt, wenn ich mal kurz, ja, und mich strecke. Ich strecke mich mal kurz. Jo, eindeutig. Wiesen. Falsch. Wie? So, wie ist das geil? So, zacklen wir mal auf. What the fuck ist das denn? So, kurz ein Screenshot. Gut, zwölf vom 1. So, das ist doch etwas schönes. Aber man sieht es halt auf dem Thumb. Und jetzt meistens nichts. So, und jetzt möchte ich Jungding den Teddybär noch mitnehmen. Aber wie geht der? Ich muss ihn größer machen. Ich sehe fast nichts mehr. Gott, noches Blimmer. Was sieht ja noches Blimmer aus? Was mache ich hier für Probleme? Weg damit. Lieber noch etwas. Den hier. Ja, größer. Eine kleine Giraffe mit einem großen Teddybär. Mit einer großen Flasche dann noch. Ja, jetzt kann ich es nicht mehr achten. Dann nehme ich jetzt das Gedenk. Eindeutig. Ja, nicht kleiner, noch größer. So, hier rein. Wunderbar. Yes, ob die Flasche lässt sich öffnen. Nicht die Mühtone. Weg damit. Noch nicht der Käse. Alles leider ein bisschen verbacken, wenn wir klein sind. Dann müssen wir das grob. Okay, ich mache es kaputt. So, wo ist die Giraffe jetzt? Die macht das. Ja, die ist K.O. Was ist, wenn ich ein Dixi-Clover größere? Kann ich halt auch nicht mitnehmen. Es ist leider viel zu klein, um irgendwie... Ja. Ja, auf den Rücken kann man die auch nicht tun. Was kann ich denn auf den Rücken tun, wenn ich so klein bin? Den ganzen Traktor, oder was? Nein, nicht die. Traktor, hallo. Ich will irgendwas. Nein, nicht wieder innen. Die Mühtone. Okay, kann man noch irgendwas auslösen, Bitch? Ich möchte mal irgendwie nicht so ganz komisch bemerken. Ach, sonst gibt es nichts. Oh Gott. Knochen? Wie viele Knochen hat eine Giraffe das immer wieder. Ein Halswirbel oder so? Hat eigentlich immer nur sieben Halswirbel oder? Die Giraffe hat jetzt Giraffen die mehr haben, nachdem, wo sie kommen, aus Mexiko, um Mars, hinter den Mond, Ludwum, und die Mehrwirbeln, und weniger. Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass alle Giraffen sieben Wirbel haben. Aber scheinbar andere Tiere, ich weiß aber nicht was, hat mehr Halswirbel. Ich weiß gar nicht, welches die hier ist. So bin ich jetzt eine Brennung. Die Giraffe, die kleine Minigiraffe rastet aus. Oh Gott, wir werden alle stehen. Hier drin bin ich noch nicht gewesen, oder? Hä, ist das die gleiche schon? Ist das die bloße schon? Nö. Was ist denn hier drin? Ist gar nicht richtig. Okay. Ja, was könnten wir machen gerade noch mit den kleinen Giraffen? Ah, hier oben kurz. So. Das letzte Mal waren wir dort oben, aber da oben gibt es scheinbar nichts. Gut, auf dem Dach ist auch nichts. Ich möchte da noch irgendwas mit Gemüse machen, weil ich das nicht checkte. und jetzt scheinbar doch etwas machen kann da. Ich weiß aber nicht genau was. Vielleicht wenn ich nicht gerade raufkomme oder so. Also hier nicht. Aber was ist denn hier drin? Nochmal so ein Butscher. Okay. Haben wir hier schon viele? 16 von 31. Die Hälfte. Okay. Gut. Also hier ist noch ein Disco. Sehe ich. Ich will die Disco gucken. Guck mal. Und du mal mit, oder so hin? Sieht es gut aus wenn das hin mit kann? Ey, safe. Lul. Chicken run. Chicken run. O recursos, was ist das mit Gebraut? Oh, er braucht mir jetzt großes Chicken. Okay. Mein Rekord. die werden einfach zu popcorn wie geil ist das okay ich brauche ein gemüse ich mache mal ich muss mal kurz resetten weil das t ist einfach zu klein weil sonst kann ich ja nicht mehr zurück bringen so ich habe das spiel das spiel stand ich wollte eigentlich nur ins hauptmenü ja gemacht wieder misststücke gut ja die android engine ja ich weiß es ja ist gut mein gott ist die giraffe so groß jetzt starte ich auch so groß jetzt spiel ist ein bisschen verpackt ja ziemlich groß ist das normal ist nicht normal so groß hä wieso bin ich jetzt eine große grüßiger naja ich muss ja noch nicht muss ich etwas klauen ich kann sie mitnehmen einfach kleinen kürbis und mache ihn riesengroß ich hoffe einfach der bleibt und geht nicht kaputt weil ja schleim vorderen ist ich weiß nicht was die entwickler da geraucht haben das können sie doch nicht einfach dort platzieren vielleicht damit es einfach ein bisschen schwieriger wird und so das gibt es zügen hey du machst jetzt kaputt ich sag's dir gib mir dieses kein wieso gibt es npcs die immer alles machen da rockt man roll ich will einfach so mega ich will einen riesen betrugsfall machen und ein paar drücker ja das dürfen ziegen menschen dürfen das nicht machen wenn man so eine maschine hätten ich könnte aber eigentlich eins ich will einfach den dingen manipulieren dass ich geminnt dass er meiner ist dann ja nein ich will einen kleinen so bitte nicht kaputt machen kommst du mit lieber mitkommen ja so geht's kaputt aufstehen nein manche dinge sind einfach nicht so gut gemacht dass irgendwelche objekte kaputt gehen dass er immer hinsitzt beim weiten was ist das was soll das sein ja dann hüpft er weg und wird irgendwie gar nicht grössig also machen wir doch das richtig habe nur falsch gedacht wegen der Giraffe vor so ein chicken möchte ich auch mal grösser machen ob es denn auch backt wenn ich so ein chicken möchte kann ich irgendwie fische oder so mal holen ja aus dem ding aus dem kai karpfen ding bei diesem spar so ein bisschen grösser also die nüstergrösser so also noch mehr so noch mehr so noch mehr so noch mehr aber ich glaube das ist gar keine mission oder ist das irgendwie kann man damit irgendwie etwas gewinnen ich fragte mich einfach weil ich das damals vor elf monaten in den livestream eigentlich probiert habe und nie geschafft habe weil ich diese maschine gar nicht what the fuck das spiel ist einfach broken jetzt mache ich aber das huhn das huhn gewinnt ok schade es geht nicht die sachen gehen viel zu schnell kaputt gar nicht dass es gewollt ist sonst müsste es ja irgendwo stehen so ein bisschen doof ich mach eigentlich immer wieder etwas mit dieser maschine wenn es einfach zu witzig ist ich muss mal ein bisschen etwas anders also ja schon ich mache ja schon genügend anders aber ich muss mal irgendwas anders ganz lustiges finden dass wir ständig oder warm machen können also es packt schon heftigst herum ist eigentlich nicht so gewollt dass es groß ist kleinen Siege peines für ihn ja und ein Schwein haben wir glaube ich schon mal gemacht oder ja ok ich wollte eigentlich nicht größer sein solange wir können es noch packen nicht über den Schleim oder so eine Kloschüssel habe ich glaube ich auch noch nie probiert aber ich könnte mir vorstellen wie geil das ist nur es ist da Zeitwert und wo sie jetzt sind manche Items machen sich selbstständig wo ist die Klo schüssletzt der ist eben noch dort auf der falschen Seite geschaut also ja Huhn lass dich mal wieder im Besen ok schön locker bleiben nicht abgebrüht äh äh wird irgendwie schneller hallo lebst du da noch oh die wird irgendwie schneller hahaha was ist mit dem Huhn los hallo noch weiter ja es packt nicht mehr doch jetzt packt es wieder aber immerhin kommt es ganz raus nein oh wie schnell hallo Flitze Flitze Hund ah wisst ihr noch vor zwei Parts dieser Jesus der so gebackt hat das ist noch viel schneller hahaha das ist jetzt der schnellste Ball der Welt boah also jetzt kann ich langsam nicht mehr was ist ja wahnsinn hallo du machst das extra Huhn du willst nicht mehr grösser werden komm ess deine Suppe auf und geh nicht selbstständig zum kleiner werden das ist verboten das gibt mir höchste Strafe so Spass mit dieser Maschine dieser Spass er muss so endlos sein es geht immer grösser boah das ist mein Chicken so jetzt musst du aber kurz mal auf den dinge ja was machst du ja woh glaub ich nehme das das Bild sieht zwar nicht so realistisch aus aber ja ich nehme es nicht als Bild aber mhm man kann halt nicht mehr Thumbnails die switchen oder so machen 2 habe ich schon ein 12,2 so gut also geil nein das Huhn ist unten geblieben Mist ich wollte doch ein bisschen Stumpen also komm jetzt gehen wir alle noch ein bisschen da ran so alle zusammen einfach mal ein bisschen da aber schön da ok so hat er nicht hier über den Zug gesperrt mal gehen baden gut so ein paar mehr dreht sich das so schnell hier um was machst du als du gehst du musst aufs Klo ok geh baden geh im Wasser aufs Klo mach das nicht einfach mal im Wasser aufs Klo gehen irgendwo so du auch wir haben eine fehlte aber wo ist da eine hin ist sie schon despawn geht das gar nicht so dann dürfte ich gerne what the fuck geh auch baden sehr schön alles geht baden so und weil ihr so lieb wart dürfte ich hier auch noch kurz in die Luft gesprengt werden mit dem Auto natürlich zusammen also ungefähr hier so nein nicht jo leicht sehr schön oh wunderschön dankeschön hat Spaß gemacht und du da darfst natürlich auch noch anzünden so viel Spaß der fuck hä da haa gehts ihnen gut ich bin die lastige Zege ich bin ganz netze Menschen huiii diese Schild muss weg haa huiii du bist ja hier das Spiel merkt sich wahrscheinlich irgendwie die Hühne wie sie waren bei mir und spawnt dann neue Hühne geiii ich hab mein Huhn wieder mein liebstes grosses Huhn genau irgendwas irgendwas lustiges in den Titel machen zum Beispiel mein liebes riesen fettes Huhn ich will auch ein Huhn werden wie kann ich zum Huhn werden Mann liebe Entwickler mach ein neues Update sieht so realistisch aus komm wir gehen zum Schweinen und sch- genau ja mach doch mal mach doch mal haha irgendwie geht schon komm schon bitte mein liebstes auf Kumpan uuuuuh brettenes Schwänchen gehts aus ooooh ooooh ist das feil kann ich noch Spermen kann ich will Spermen hey da mach Schmarsch sehr gut moderiert. Warte kurz. Ich muss... Bockelschauen. Hallo, ich bin der Drago. Ich habe hier einen Huhn. Und das Huhn macht sich selbstständig. Er schwirrt so komisch in der Luft. Ja. Und du? Er ist verwehrt, sorry. Ich muss ihn wieder weghauen. Mit dir zusammen. Tschüss, Kameramann. Tschüss. So, was haben wir sonst noch? Ein bisschen Dreck. Oh, die Vogelscheche muss kurz in die Gühle. So, hm. Aha. Irgendwann. Ist hier hinten dran, ja, das? Hm. Schöne Sachen sind. Ah. Wieso? Wieso wurdest du? Das war ich wegen diesem Dreck. So, der automatisch fuhr zuerst. Ah, genau da wollten wir noch kurz rein. Nein, mit den letzten Parts. Aha. Dreck der Lot. Okay. So. Da kann es der Bein nutzen. Ist hier hinten dran etwas? Nein. Kann ich nicht hier rein. Oh, der freut sich. Cool. Hier kann er nichts machen. Hm. Wer irgendetwas weiß, was ich noch machen kann, der dürfte das gerne auch in die Kommentare schreiben. Genau, jetzt gehen wir noch hier zur Barme. Mit. Genau, wir werden sie einfach in einer Bernadelform an, wenn das geht. Oh, aber treffen musst du schon. Hä? Komm, helft mir. Nein, ich hätte sie fast erwischt. Oh, ja, genau. GG Grossmutter. Ich habe sie getötet. So, was ist hier drin? Ey. Wirbel dich rum. Guck mal. Oh, guck mal. Ich kann backen. Ich kann, kann viel backen. Ich kann dich hier ein bisschen. Sieht ein bisschen pervers aus, aber gut. Es ist ein guter Simulator. Schon ein bisschen pervers. Das ist ein bisschen. Oh, er freut sich schon. Er freut sich. Oh, ja. Oh, Gott. Schockierende Bedürfnisse. Geil, meine Goods dafür. Wie komme ich hier rein? Wie komme ich hier rein? Ja, ich komme rein. Ich muss nur am Bösenbauer hier werden. So. Ja, gut. Was ist, wenn ich mich jetzt... Okay. Er packt sich noch um. Huhn. Geil, ein Rollhuhn. Ich habe einen Rollhuhn. Ein Huhn, das rollt. Schau mal, ein Fisch. Komm. Komm mit dem Fischli. Bitte. Ach komm schon. Wieso kann ich die Menschen nicht mitnehmen? Hm. Muss ich noch raten, was ich noch machen kann. Ja, gehen wir kurz rein noch. Ist hoffentlich nicht so lange, aber reingehen können wir schon. Alles Fisch. So. Ein Rasenmäher. Ich möchte... Ne, ich möchte den Rasenmäher mitnehmen. Liegt es an der Größe? Ja, jetzt ist er kaputt. Was kann ich eigentlich hier noch machen? Ein Dressor? Geil. Okay, wir sind irgendwo in den 90ern. Ich möchte irgendwas mitnehmen. Pool in Pool. Die Kerze. Aua. Weg damit. So. Oh, da noch ein. So viel. Kann ich dicht haben? Wieso kann ich nichts mehr nehmen mit dem Sattel? Das müssen wahrscheinlich lebendige Sachen sein. Hm. Irgendwo ist hier nichts. Oh. Weg damit. So. Und hier. Hi. Boing. Nennt was. Hm. Keine Wächter für gut Statt tun. So. Dann hier irgendwo noch. Äh. Hier drüben waren wir. Ist das der Ausgang dann? Ah, ist sicher hier was drin. Hm. Kross. Hiiii. Boing. Das ist langsam, glaube ich, die Banane. Wtf. Ja, wie soll ich jetzt hier fertig machen? Was ist das überhaupt hier? Seit wann gibt's hier so unterirdische Sachen? Keiner weiß, was das ist. Ja, komm. Können wir runterfahren? Das können wir jetzt machen. Ja, kurz restarten. Ich sollte vielleicht nicht wechseln. Titelside. Okay. Ich hab's halt nicht gelesen. Ich wollte einfach das Spiel, das Hauptmenü wechseln. Wechseln. Der Anfangspart. Ja, das weiß ich, dass man wunderbar fahren kann. Äh. Ich bin komplett. Aha. Das war wahrscheinlich dieses Gebäude hier. Einfach am Außen. Okay, ich bin aber ganz weit weg jetzt wieder. Hm. Das Spiel ist einfach nicht richtig. Ja. Da war's. Ja. Nehmen wir doch ne Ziege mit. Auf unsere... Reisen. Ja, aber richtig mitnehmen. Oh, meine arme Ziege. Meine liebste Hausziege. Ganz arm. Akkuriert sie, da sind sie ja wieder. Hab ich mit nur rein. So. Äh. What the fuck. Wie das eben aussieht. So, ich muss wahrscheinlich nur noch zum Ende. Ich hab ne Ziege zur Banane gemacht. Weg damit. Okay. Aha. Verkehrte Steuerung. Hey. Ganz viel weg. Wie wärs denn mit etwas Aussesten dann. Das ist halt richtig. Wumse. Tisch. So, eine ist tot, die nächste ist auch tot, die nächste ist auch tot, dann kommt die. Die Inge, die den Stuhl verliert, dann ist sie tot. Nice, die andere läuft noch herum, aber eine wurde zur Banane. Und wir haben einen Stuhl. Lol, wir haben sie auf einem Stuhl. So, wunderbar. Hätten wir das auch geschafft mit Bugs und mit komischen Problemen. Ey, töte die. Komm. Komm, mach mal etwas. Ey, bis ich aufgestanden bin. Kannst du eigentlich auch schießen? Sollst du doch auch schießen? Wer hat mich fischen? Ey, ist die nervig. Und, äh, nur weil du besser bist, weil du hier am Anfang bist, draußen, hä? Musst du nicht so blöd machen. Hallo. Ach komm schon. Lass dich jetzt mal ab. Wir lassen sie, glaube ich, in Ruhe. Oder von Leiber. Yes, Baby, yes! Das ist geil, wie wir doppelt geschossen haben. Dreifach geschossen haben. Hahaha, wir haben dreifach geschossen. Wie geil. Das Eich hätte ich lustig Größe zu machen. Haha, ich mache es kürzlos. Hahaha, ich spiel es endlos lustig. Einfach weil es auch so unfertig ist und manchmal einfach komische Dankdinge passieren, ohne dass man etwas machen kann. Was ist das Zeugs für die West? Ja, ich brauche keine Hilfe mehr. Wir müssen nicht so groß an sein. Also, ähm. Ja, wir wollen größer werden. Wir halten zusammen natürlich. Wenn wir jetzt schon größer schießen. Ich glaube schon, ne? Noch größere Großmutter! Ja, die Kellerbanane mit der Großmutter. Größte Oma der Welt. Hahaha, also jetzt ist sie schon die größte Oma der Welt. Schon keiner. Ich sehe fast nichts mehr. Wollen wir einen Slider mischen. So, das reicht jetzt mal. Und jetzt machen wir Chaos. Diese Bauern hier. Wollen wir uns nicht verändern. Und der Fisch ist zur Banane gehabt. So. Lol, wie barfi das war. Was ist das? Hallo? Ja. Ich glaube, ich habe das Beste. Ich glaube, ich habe das Beste. Wissen nur verschieben. Ja, man sieht es jetzt nicht so gut, die Banane. Boah. Ich dürfte gerne wählen, was ich nehmen soll. So. Aber lustig. Jetzt grinden wir noch kurz mit der Banane. Äh, mit der Großmutter. Wo ist der Staat? Der Brandbahn? Hä, da war doch irgendwo der Staat. Oh, keinen Bunnout! Ui! Da oben ist der Staat. Seit wann ist hier eine Ziege? Grindy. Grindy. Äh. Boah. Nicht so schnell. Hallo? Geht nicht. Jetzt. Yeah, Großmutter. Du hast den besten Style. Boah, ist das geil. Dann fast nicht mehr. 3. Okay, wir lassen das Spiel lieber in Ruhe. Das ist jetzt momentan so ziemlich verpackt. Aber geil. So. Was ist das? Ich kann auch knacksen. Mit Banane fertig knacksen. Banane ist fertig. Ja, ja. Okay. Ja, das ist ein bisschen schlimm. Also, nicht die Hände. Ah. Mischen. Kann man auch große Bananen herstellen? Okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich fülle. Peace. Junge. Z 96ay. Schnell, 20ay. Wselling Deinёт B gotta duh nie. Vielen Dank.